Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Vortragsreihe Herztöne. Ich möchte Ihnen heute Lust machen auf die herzgesunde Küche, also Essen mit viel Herz und Seele. Ich bin Vivian Faustin, ich bin tätig in der interdisziplinären Adipositas-Ambulanz und wir helfen Menschen, die Gewicht verlieren wollen oder erfahren möchten, warum sie unerklärliche Gewichtszunahmen hatten. Die mediterrane Küche ist bekanntlich ja sehr gesundheitsfördernd für unser Herz-Kreislauf-System, aber auch unsere nordische Küche ist nicht zu verachten und vor allen Dingen sind die traditionellen Gerichte, die also vor einigen Jahrzehnten sehr oft verwendet worden sind von der Bevölkerung, sehr stark im Vordergrund zu heben, weil da ist Fleisch weniger drin und der Gemüseanteil sehr hoch. Ich möchte Ihnen so ein bisschen nahe bringen, was es bedeutet, so dieses Lebensgefühl der mediterranen oder auch der nordischen Küche so ein bisschen beizubringen. Am meisten wird einfach Gemüse, Hülsenfrüchte der Saison verwendet und auch Obst auf das am Tage. Gerne wird mit Olivenknoblauch und Zwiebeln gewürzt, mit Nüssen dekoriert und sehr viele Samen und Kerne werden mitverwendet. Sie kennen das alle, die Südländer knabbern gerne Sonnenblumenkerne. Zudem kommen die Milchprodukte, sehr bekannt ist der Schafskäse und natürlich dürfen Getreideprodukte, Brote und Nudeln und Co. nicht fehlen. Das Olivenöl ist ja für die mediterrane Küche sehr bekannt. Das nordische Rapsöl wird auch das Olivenöl des Nordens genannt. Das heißt, das ist ebenso sehr empfehlenswert für eine herzgesunde Küche. Vom Fleisch her ist das Geflügelfleisch sehr zu bevorzugen und natürlich kann sehr regelmäßig gerne der Fisch auf den Tisch. Der Alkohol ist leider ein bisschen Blutdruck steigern, sodass er eher gelegentlich nur verzehrt werden sollte. Ein kleiner Exkurs nochmal in die Lebensmittelkunde. Wir haben bei den Nahrungsfetten den Unterschied zwischen den Fettsäuren. Die Fettsäuren sind bestimmte chemische Strukturen und man unterscheidet drei Arten. Einmal die gesättigten Fettsäuren, die einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und ich sage mal so als Eselsbrücke, man kann sich das als Verbraucher mal gut merken. Die gesättigten Fettsäuren brauchen wir nicht so häufig mehr. Da sind wir schon satt von. Da brauchen wir nicht drauf zu achten. Die ungesättigten Fettsäuren sind diejenigen, die wir bevorzugen sollten. Das heißt, da sind wir noch nicht satt von. Die brauchen wir. Das heißt, wenn Sie auf den Verpackungen im Lebensmittelregal im Supermarkt sehen, reich an ungesättigten Fettsäuren, da dürfen Sie gerne dann zugreifen. Diese Tabelle zeigt Ihnen nochmal die Vor- und Nachteile verschiedenster Fettsäuren und Arten. Also die gesättigten Fettsäuren hatte ich eben schon erwähnt. Die erhöhen leider das Herzinfarktrisiko. Und der Gegenspieler ist dann die ungesättigte Fettsäure und die gibt es einmal als einfach und mehrfach. Und da sind die ganz bekannten Lebensmittelvertreter die Öle, vor allen Dingen das Olivenöl, Dieselöl, Rapsöl und im pflanzlichen Bereich die Avocado wird sehr gerne verwendet. Sie kennen das vielleicht auch mal eine schöne reife Avocado aufs Brot geschmiert, ein bisschen gesalzen, ist sehr herrlich und ist dementsprechend auch sehr gut für die herzgesunde Küche. Die Omega-3-Fettsäuren sind damit enthalten, ebenso wie auch in den Meeresfischen. Und gerne kann man da auch mal einen fetteren Fisch essen, wie zum Beispiel den Hering oder die Makrele. Und wer gerne Nüsse mag, kann sehr gerne die Walnüsse bevorzugen, weil die auch reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Wobei nicht viel hilft viel, eine Handvoll reicht vollkommen. Also auch als Dekoration zu bestimmten Speisen wie Obstsalat ist der Klassiker. Ein Teelöffel Leinöl liefert auch viel Omega-3, sodass Sie das auch zum Beispiel in Joghurt mal mit reinrühren könnten. Die positive gesundheitsfördernde Wirkung ist auf jeden Fall im Herz-Kreislauf-System zu sehen. Das heißt, der Cholesterinspiegel wird gesenkt, es vermindert die Atherosclerose und senkt den Blutdruck und es wird sogar immer mehr erforscht, dass auch Ausbildungen von Tumoren gehemmt werden. Also es hat auch entzündungshemmende Wirkungen, diese Lebensmittel mitzuverwenden. Ein Augenmerk möchte ich noch auf die Transfettsäuren legen. Das sind die Fettsäuren, die entstehen, wenn man Öle härtet. Sie kennen das in Lebensmittelverpackungen, sind oft so Aufschriften drin wie pflanzliche Öle in Klammern zum Teil gehärtet. Das bedeutet, dass da bei diesem Prozess die Transfettsäuren entstanden sind. Und die erhöhen leider auch Cholesterinspiegel und leider auch das Harzinfarktrisiko, sodass es gut wäre, weniger von den Fertigprodukten zu verwenden, um die Transfettsäuren zu meiden. Einen weiteren Augenmerk möchte ich noch mal auf die sekundären Pflanzenstoffe lenken. Sie sehen unten am Bild die farbenfrohe Vielfalt von Obst und Gemüse und genau das machen die sekundären Pflanzenstoffe aus. Also die verschiedensten Farbstoffe, aber auch Aromen und Duftstoffe der Pflanzen und Lebensmittel und auch der Abwehrstoffe gegen Schädlinge oder auch die Wachstumsregulatoren der Pflanzen haben positive Eigenschaften für uns Menschen. Das heißt, je bunter wir essen im Obst- und Gemüsebereich, desto gesünder ist auch das Essen für uns. Wenn jemand also sagt, okay, ich habe doch meine Multivitamintabletten, das müsste doch ausreichen für meine Gesundheit. Nee, leider nicht, weil wenn man die Vitamine in Form von Obst und Gemüse essen würde, würde das dementsprechend ja viel mehr liefern an sekundären Pflanzenstoffen und dementsprechend mehr für die Gesundheit tun. Die gesundheitsfördernden Wirkung von sekundären Pflanzenstoffe ist auch sehr entzündungshemmend. Der Blutdruck und der Blutzucker werden positiv beeinflusst. Es fördert die Verdauung und der Cholesterinspiegel kann sogar gesenkt werden und es ist auch krebsvorbeugend. Es gibt große Kampagnen schon jetzt seit Jahrzehnten. In Deutschland nennt sich das Nimm 5 am Tag, also zweimal Obst, dreimal Gemüse am Tag nehmen, um dementsprechend seine sekundären Pflanzenstoffe und die wichtigen Inhaltsstoffe zu bekommen, die man täglich so braucht für seinen Körper. Im englischsprachigen Raum heißt das Take 5 a Day. Hier ist nochmal ein Beispiel an zwei Tagen, wie man das dann auch erreichen kann. Man könnte zum Beispiel den Tag starten mit einem leckeren Gurken- oder Tomatenbrot als Zwischenmahlzeit auf der Arbeit, vielleicht dann ein Joghurt mit Obst drin, hier als Beispiel einen Apfel. Mittags gibt es dann vielleicht nochmal eine Gemüsebeilage und der Süßhunger am Nachmittag kann mit einer Banane dann gedeckt werden und abends nochmal einen leckeren Salat als Beispiel. Oder beim nächsten Tag ist nochmal so der Augenmerk drauf, das Obst am Frühstück mit einzubauen und wenn man es nicht so am Tag häufig schafft, das Obst zu verzehren, kann man auch gerne mal eine Saftschorle nehmen oder auch einen Saft trinken. Das ist vollkommen legitim. Die pflanzlichen Lebensmittel bieten uns auch tolle Ballaststoffe und deren Wirkung möchte ich kurz nochmal aufzeigen. Es fängt mich schon beim Kauen an. Also wenn wir jetzt sehr faseriges Gemüse essen, wie zum Beispiel die Kohlrabi, die Radieschen oder die Möhre, dann haben wir schon durch den vermehrten Speichelfluss viel für unsere Gesundheit im Mundraum getan. Wir haben Karies vermindert, weil der Speichelfluss dementsprechend den Zahn spült und dementsprechend reinigt und dementsprechend auch die Gesundheit fördert. Das Zahnfleisch wird massiert und wir wirken somit den Zahnfleischentzündungen vor und wir haben dann durch die Quellwirkung der Ballaststoffe auch eine längere Magenverweildauer, das heißt die Sättigung hält länger an und wir haben dadurch, auch durch die Quelldauer, eine verzögerte Aufnahme von Zucker im Blut. Das heißt, es ist auch so schön für Diabetiker, dass der Blutzucker durch ballaststoffreiche Lebensmittel dann auch schön reguliert und gesenkt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Ballaststoffe auch die Verstopfung vorbeugen können und somit auch Darmerkrankungen vorbeugen können. Das heißt, es wird Stuhlvolumen dadurch produziert und es weicher und dementsprechend werden auch Darmproblematiken gelöst. Und insgesamt können die Ballaststoffe durch die löslichen Quelleigenschaften auch Schadstoffe oder auch Cholesterine, die auch im Magen-Darm-Trakt sind, aufnehmen und somit ausscheiden, was dann auch dementsprechend Cholesterinspiegel senkt oder auch die Krebsneigung senkt. Das heißt, Ballaststoffe wirken auch dahingehend, dass man Dickdarmkrebs vermeiden kann. So, das nochmal so ein bisschen zur Theorie, aber trotzdem möchte ich ja Ihnen mehr Lust machen, auf Ihre Küche, auf Ihre herzgesunde Küche und Ernährung zu achten. Aber die Frage ist, denn heutzutage, wie können wir das überhaupt umsetzen? Denn eigentlich sieht unser Tag ja sehr stressig auf. Bei vielen ist die reale Situation ja eher so, wir haben Zeitdruck, wir haben Leistungsdruck, wir haben viel Stress, der Kopf ist woanders hingerichtet. Wir haben manchmal sogar auch beruflich bedingt nur wenig Pausen, manchmal kann man sich gar keine nehmen, weil da so viel los ist. Man hat nicht die Möglichkeit, selber irgendwas schnell zuzubereiten und nicht jeder hat Lust, am Vorabend sich immer das Essen vorzubereiten und vorzukochen, um dann mit einer Arbeit mitzunehmen. Das heißt, was kann man nun machen? Und ich möchte Ihnen so ein paar Ansatzpunkte geben, wo ich denke, was vielleicht noch helfen könnte, wie man im Alltag, in der Praxis seinen Wunsch, gesünder zu essen, besser umsetzen kann. Also ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man nicht nur für zu Hause einkauft, sondern auch für den Arbeitsplatz. Viele berichten mir, dass sie auch Kühlschränke haben zum Beispiel, sodass man immer so einen Joghurt oder ein Glas Gewürzgurken dort lagern kann oder dass man mal auch eine Packung Müsli dort hat, wenn man mal Hunger hat und nicht zum Mittagessen kam. Das heißt, was sehr hilfreich ist, finde ich, dass man auf dem Arbeitsplatz auch einen Vorrat hat an Lebensmitteln, sodass man bei dem kleinen Hunger nicht immer gleich zum Süßigkeiten-Kiosk läuft oder zum Automaten. Was vollkommen legitim ist, ist auch, wenn man einfach, wenn man wenig Zeit hat, das Tiefkühlgemüse bevorzugt. Und es ist genauso gesund wie das herkömmliche frische Gemüse. Es ist mittlerweile mit sehr schonenden Verfahren schockgefrostet. Es ist aber auch legitim, wenn man von der Arbeit kommt und keinen Kopf mehr hat, für sich was zuzubereiten, dass man einfach im Supermarkt schnell reinspringt und das fertig geschnittene Obst und Gemüse sich besorgt. Mittlerweile gibt es sogar Supermärkte, die eine Salatbar führen. Was manche Patienten von uns machen und einmal sehr glücklich davon berichten, ist, dass sie ein Familienevent am Wochenende machen, dass sie mit den Kindern gemeinsam das Gemüse schnippeln und einfach schon für die Woche vorkochen. Da eignen sich sehr gut die Eintöpfe oder der Auflauf. Und manches kann man davon auch einfrieren, sodass man dann spontan, auch wenn man mal keine Zeit hat, sich das dann wieder hervorholen kann. Manche lieben ihre Snackboxen. Damit ist gemeint, dass man nicht nur das Vollkornbrot mitnimmt zur Arbeit oder in die Schule, sondern dass man auch immer geschnittenes Obst und Gemüse mit dabei hat. Ein Tipp vielleicht noch für Resteverwerter mit Nudelnreis und Kartoffelresten kann man auch wunderschön nochmal einen Salat sich zubereiten. Mit einer fettarmen Salatcreme zum Beispiel, was man auch wunderbar damit zur Arbeit oder zur Schule nehmen kann und auch schon als Hauptmahlzeit gilt. Dann gibt es auch immer wieder Patienten, die sehr stolz berichten, dass mittlerweile alle Kollegen mitmachen. Das heißt, es gibt zum Beispiel so Bürogesellschaften, wo einer immer am Tag das Obst zubereitet und jedem hinstellt oder im Aufenthaltsraum steht dann der Obstsalat. Das heißt, da ist für täglich Obst gesorgt, aber auch Gemüse wird aufgeschnitten. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Ritual, wenn alle mit an einem Strang ziehen und man somit sich tolle Zwischenmahlzeiten im Obst-Gemüse-Bereich somit ermöglicht. Und wie wäre es einfach mal als Zwischenschneck statt Hamburger oder Currywurst einfach mal ein Fischbrötchen holen mit den schönen Omega-3-Fettsäuren? Was ich in meiner Praxis erlebe, ist, dass oft auch die Wertschätzung ein Problem ist. Und zwar meine ich tatsächlich auch die Wertschätzung zu sich selber. Oft sind wir Menschen sehr fremdbestimmt in unserem Alltag, machen viel für andere, aber wenig für sich selber. Und da möchte ich einfach mal appellieren, dass wir haben unsere Gesundheit und wir sind verantwortlich dafür, nicht die Krankenkasse, nicht der Hausarzt, sondern nur wir. Und ich möchte einfach noch mal motivieren, darauf zu achten, dass wir es uns wert sein sollten, auf unsere Ernährung und auf unsere Gesundheit selber zu achten. Mit dem Begriff Wertschätzung möchte ich aber auch noch mal die Lebensmittel an sich fokussieren. Also nicht, dass man sich dann die Fertiggerichte und Fertigprodukte hernimmt, sondern wirklich auch das Essen wertschätzt, also das Frische bevorzugt und auch das zum Beispiel auch die regionale Küche dann bevorzugt wird. Ein Beispiel noch mal so zum Frühstück. Das Weizenbrötchen mit dem Aufschnitt kann sehr schön ergänzt werden, beziehungsweise ersetzt werden, wollte ich sagen, mit selbstgemachten Müsli, Haferflocken und natürlich sollten die Nüsse nicht fehlen. Oder man könnte dann das Mittagessen gerne ersetzen über Geflügelfleisch und nicht das Schweinefleisch in Bratwurst und Co. Und dann haben wir auch immer wieder die Möglichkeiten kreativ zu sein. Wie wäre es mit den Kindern einfach mal abends Wraps zu rollen mit schönem Gemüse drin und nicht das herkömmliche Butterbrot mit Mortadella als Beispiel. Das heißt, im Sinne der mediterranen Küche oder der nordischen Küche könnte man immer mehr versuchen, weg von dem Wurstbrot hin zum Gemüsebrot mit Avocado oder mal das Procetta ausprobieren. Mit schönen Tomatenwürfeln, Zwiebeln und Knoblauch und ein bisschen Öl verfeinert. Oder dass man im Backofen die Kartoffelspalten selber macht, mit Olivenöl eingepinselt. Das Grillgemüse auch zum Beispiel als Beilage zum Brot macht oder auch zu herkömmlichen Gerichten. Auch im Backofen ist das gut möglich und macht überhaupt keinen Aufwand. Mal kurz klein geschnitten aufs Backpapier und reinschieben, fertig. Bisschen Öl würzen vielleicht noch. Dann ist es sehr hilfreich, wenn man die Fleisch- und Fischvariationen ohne Panade isst, um das Fett zu sparen und dementsprechend auch das Bratfett zu sparen. Und dann, last but not least, mal wieder die Weilnüsse oder allgemein die Nüsse mit in den Obstsalat mit reinpacken oder in den Joghurt mit dem Honig, so wie die Griechen ist, gerne bevorzugen. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen mehr Lust machen können, herzgesunde Küche weiter zu fokussieren und auszuprobieren. Und ich wünsche Ihnen viel Genuss dabei, viel Zeit und Entspannung. Und falls ich ein paar Fragen aufgeworfen habe, können Sie sehr gerne die uns stellen unter der angegebenen E-Mail-Adresse, die gleich auch noch mal eingeblendet wird. Vielen Dank, ich war Vivian Faustin von der interdisziplinären Adipositas-Ambulanz.